Aber wie gesagt, es ist sicherlich auch nicht falsch, in dem Moment, in der Situation, wo es war, was der Täter gesagt hat. Ja, es gibt natürlich auch schon so unterschiedliche Haltungen. Manche, die machen halt so, die werden schon sehr dicht zusammen, manche würden dann so abgeschütteln. So dann, ja, manche machen das so, das ist auch falsch. Ja, es gibt eine vorrechte Haltung auf dem Pferd. Ich bin immer auf der Karte nach, das kann man ja nach oben. Hm. Das ist eine vorrechte Haltung. Und die gehören halt so ein paar Dinge. Ist ja auch nicht so, ja. Das ist ja auch nicht so. 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 Ja, das ist ja auch nicht so. Das kommt aus dem Lied. Ja, das kommt auch gerade an. Ja, vom Zügel, vom Begriff kriegen, über den Zügel, über den Unterarm, bis zum Elbogen. Das soll ja eine Linie sein. Ja. Ja. So, sie kann aus dem Lied auch. Ja. Ja.